Leute, schaut mal hier meine Fäuste an, wie heftig sehe ich denn heute aus, denn ihr seht es schon, ich kriege gerade jede Sekunde eine Stärke dazu, obwohl ich hier gar nichts mache, Leute, das heißt, ich stehe schon ungefähr 30 Sekunden, bevor ich hier mit dem Video angefangen habe, und Leute, guckt mal, wenn ich hier springe, okay, kriege ich keine Punkte, und ich kann hier links klicken, Leute, dann zack, seht ihr das, mache ich eine Attacke, komm her, komm, wir können hier nämlich andere Spiele angreifen, zack, ah, die kickt mich komplett weg, Leute, weil ich noch voll der Noob bin, wie viel Stärke haben denn die anderen Spiele, oh, hab ich nämlich schon 2000 Stärke, Leute, ich habe hier noch gar nichts, 45, das ist nichts, ich glaube, wir müssen erst mal anfangen, hier die Noobs zu besiegen, zack, zack, und wir haben die Noob besiegt, und den nächsten Noob holen wir auch noch, zack, zack, vielleicht können wir vielleicht auch echt die Spiele holen, wenn wir stark genug sind, Leute, ich werde mir auf jeden Fall richtig Mühe geben, dass ich hier alle besiegen kann auf dem Server, wartet mal, Leute, ich wollte mich hier gerade mit den Noobs anlegen, aber guckt mal, das ist kein normaler Noob, das ist ein böser Noob, und ich glaube, der ist stärker, Leute, wenn der uns trifft, dann kickt er uns, glaube ich, richtig weit weg, ah, Leute, habt ihr es gesehen, okay, Leute, auf dem Fußballplatz, auf dem Boxplatz, jetzt dürfen wir, glaube ich, nicht gehen, das ist nicht unser Bereich, aber egal, hier holen wir die anderen Noobs, zack, ah, das ist auch ein böser Noob, Leute, das heißt, der ist auch richtig stark, oder, yeah, okay, wie krass ist das noch, Leute, wir dürfen uns fast mit keinen Leuten hier noch anlegen, warte mal, das ist ein schwacher böser Noob, das heißt, den sollten wir siegen können, ja, nee, da haben wir, nice, und hier ist eine Spielerin, let's go, lasst es mal versuchen, Leute, ja, wir haben die Mammel siegt, oha, wie, krass, Leute, okay, es gibt auf jeden Fall viele böse Noobs, sehe ich hier gerade, die sind viel zu stark, Leute, Leute, ich muss mal versuchen, den irgendwie Schaden zu machen, dann direkt abzuhauen, vielleicht kriege ich das hin, zack, Angriff, wieso treffe ich nicht, Leute, ah, abhauen, komm schon, und zack, springen, nein, er hat mich, he, 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 hey, hey, Leute, wir müssen echt noch üben, so, das können wir mal ausblenden, zack, hier ist auch ein böser Noob, mit dem lege ich mich nicht mehr an, Leute, wir brauchen einen bösen, schwachen Noob, wo sind die, so, Leute, ich sehe auf jeden Fall, wir erreichen gleich endlich die 100 Stärke, let's go, vielleicht sind wir dann viel stärker unterwegs, Leute, zack, hier ist wieder eine Spielerin, Lass mal versuchen, hier ein bisschen zu kämpfen mit den Leuten, zack, zack, oh, Leute, der hat schon grüne Handschuhe, das heißt, die sind, glaube ich, viel stärker, und der kann auch richtig schnell rennen, seht ihr das, Leute, der wird mich gleich bekommen, oh, ich muss abhauen, schnell hoch hier auf den Baum, und hoch da, aufs Haus, so, Leute, wenn wir mal gucken, ist hier auch vielleicht nur, hier ist ein bösen Noob, Angriff, zack, hab ich hier hingetroffen, Leute, zack, 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 komm schon, Leute, den muss ich jetzt an die Platt machen können, bitte, und, ja, haben wir den bösen Noob bekommen, hier haben wir ihn auch bekommen, oder, yeah, okay, wir sind zwar beide K.O., gegangen, aber, wir können schon mal mittlerweile hier gegen den bösen Noob kämpfen, Leute, ich glaube, wir machen denen schon genug Damage, so, und der macht uns auch nicht mehr so viel Schaden, Leute, aber der ist auch anstärk, oha, aber ihr seht es schon, Leute, wir sind mittlerweile schon ein bisschen stärker, davor haben die uns gewonhitted, jetzt sind die, äh, nicht mehr so gut gegen uns ausgerüstet, hier ist ein Spieler, der steht einfach auf, kann, zack, Leute, hab ihn besiegt, hehehe, oh, oh, ich dachte, der respawn direkt, so, wir kriegen immer noch immer plus ein Stärke, Leute, jede Sekunde, ich hoffe, das war schneller als ich irgendwann, weil 130 Stärke ist mir noch viel zu wenig, hier, schaut mal, für den bösen Noob brauche ich noch viel mehr, wir müssen jetzt echt die schwachen Noobs suchen gehen, ich glaube, hier waren schwache Noobs, und hier sind normale Spieler, die können wir auch besiegen, zack, wow, ich hab beide besiegt, Leute, wie heftig, und den schwachen Noob auch noch, zack, easy, hier ist noch ein schwacher Noob, den holen wir uns auch wieder, Leute, zack, und die Spielerinnen, nein, die hat uns diesmal bekommen, komm, Leute, die hat ja noch Spawnschutz, hab ich grad gesehen, oh, den Noob können wir holen, auch wenn er böse ist, weil er hat nicht mehr viel Leben, Leute, zack, angriff, komm schon, und, wir haben ihn, und er hat uns auch, oh, man, hier ist wieder ein schwacher, böser Noob, Leute, hier sind auf jeden Fall immer ein paar Stück verteilt, den bösen will ich nicht, so, aber Leute, lass ich hier nochmal in den Shop gucken, oh, wir werden angriffen, Leute, schnell weg hier, wir brauchen 250 Kills, oder was, um irgendwas holen zu können, Leute, oh, oh, ich glaube, wir würden uns fertig machen, Leute, zack, angriff, nein, wir hatten gar keine Chance, wir haben grad noch 10 Kills erst, Leute, und was kann man hier holen, ach, man kann sich die Kills dazu holen, wie schwach ist das denn, he, he, ich werd die auch so holen, was können wir hier holen, wir brauchen 50 Kills für neue Handschuhe, Leute, das heißt, wir müssen noch 40 mal 10 noch Noobs dazu, was, das muss ich mal ausprobieren, wir haben grad 10, Leute, ich versuche, den schwachen Noob wieder zu finden, so, hier haben wir einen, zack, komm her, zack, zack, den haben wir besiegt, und jetzt haben wir 11, Leute, okay, perfekt, wir müssen die 50 also jetzt richtig schnell voll machen, das kriegen wir hier, glaub ich, easy hin, wir hier spawnen die die ganze Zeit, he, 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 wir spawnen die, die einfach wieder ist, so, wir haben schon 14, 20, äh, 50, sollten wir easy bekommen, ah, da kommen wieder ein Spieler, ach, man, oh, Leute, schaut mal hier, kann man einfach so durchrennen und jeden Noob einzeln besiegen, zack, 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 oh, das ist ein richtig guter Spot, Leute, wenn ihr das auch spielt, ihr müsst hier einfach nur durchlaufen, böser Metall-Noob, was heißt das denn, und mal, Leute, oh, oh, wie stark ist der denn, wir haben ihn nix am Leben abgenzogen, habt ihr's gesehen, Leute, der war viel zu stark für uns, okay, Leute, das ist gar nicht gut so, haben wir diesmal eine Chance gegen den bösen, Noob, bitte, Leute, nein, immer noch nicht, oh, das ist schon mittlerweile rotes Leben, Leute, sehr gut, aber ich bin immer noch nicht zufrieden, hier ist der schwache, böse Noob, zack, den haben wir wieder ganz easy besiegt, mit dem bösen legen wir uns leider noch nicht an, wir brauchen erst wirklich noch den schwachen, ich würde sagen, wir gehen zu dem Spot da hinten, Leute, weil da spawnen ganz jetzt zwei Stück, das ist sehr gut, oder haben wir noch einen Spieler, Leute, sollen wir es versuchen, ich probiere es mal, komm her, zack, Angriff, Angriff, komm schon, oh, Mann, das hat nix gemacht, jetzt kann ich hier ein bisschen fahren, Leute, let's go, oh, das ist wieder so ein guter Spieler, oh, Mann, die warneten mich alle noch, ich glaube, ich brauche die besseren Handschuhe, da mache ich auch, glaube ich, mehr Schaden, Leute, deswegen, lass uns beeilen, wir fehlen noch 30, oh, Mann, das wird ein bisschen dauern, ich glaube, das sollten wir hinkriegen, Leute, gar kein Problem, so, vielleicht finden wir gleich noch einen anderen Spot mit mehr schwachen Noobs, ich würde sagen, wir gehen gleich wieder zu dieser Höhle, da waren drei nebeneinander, hier sind nur zwei nebeneinander, hier müssen wir immer länger warten, so, Leute, wir haben mittlerweile schon 30, das geht also jetzt richtig schnell, gleich haben wir die 50 endlich voll, und dann können wir uns endlich die neuen Handschuhe freischalten, ich freue mich schon richtig, Leute, so, wie viel habe ich jetzt, 35, dann habe ich 36, nein, hier kommt ein Spieler wieder, wir müssen aufpassen, Leute, bitte haben wir damit den neuen Handschuhen endlich eine Chance, gegen diesen richtig stark, oh, oh, hier kommt wieder ein guter Spieler, Leute, wir müssen aufpassen, wer gewinnt hier den Kampf, komm schon, zack, ich habe ihn getroffen, er habe ich nicht, ja, ich habe ihn auch besiegt, Leute, ich habe ihn nicht gesehen, nice, so, wir haben schon 41, oh, der spawnt hier mit uns, Leute, das ist überhaupt nicht gut, das heißt, wir müssen ihn wieder angreifen, Leute, wir machen den Plan, wir besiegen den auch, wenn er lila ne Handschuhe hat, oh, oh, jetzt haut er ab, Leute, und der ist richtig schnell, da habe ich einfach keine Chance, Leute, da kann ich nichts machen, so, mal gucken, haben wir noch einen schwachen Noob, nein, hier ist ein böser Noob, die haben wir lieber schnell wieder ab, so, let's go, Leute, uns fehlt nicht mehr viel, nur noch fünf Stück, zack, dann haben wir es endlich, so, wir spawnen auch immer zwei Leute, perfekt, die können wir mal ganz schnell besiegen, da, da kommt der Spieler wieder, ach, man, so, wir haben 46, oh, jetzt sind wir hier gespawnt, perfekt, jetzt müssen wir den nur zweimal besiegen, also einmal, dann noch ein zweites Mal, und dann haben wir die 50 voll, bitte macht niemand Auge, komm schon, den ersten haben wir uns, den zweiten kriegen wir jetzt auch noch, zack, den haben wir, oder, ja, wir haben die 50 Handschuhe, Leute, wir können upgraden, wieso geht es nicht, ach, doch jetzt, ausrüsten, zack, und wir haben die blauen Handschuhe, Leute, jetzt werden wir die anderen fertig machen, schaut mal jetzt, zack, die machen uns gar keinen Schaden mehr, Leute, jetzt machen wir die komplett platt hier, jetzt noch ein Spieler mit roten Handschuhen, ich glaube, den können wir easy besiegen, Leute, komm her, nicht abhauen, okay, der rennt weg, okay, dann lasst es jetzt hier mit den Fußballspielern probieren, komm her, zack, machen wir den viel Schaden, Leute, ich muss mal schauen, und, mal gucken, ob wir eine Chance haben, diesmal, ja, wir haben eine Chance, Leute, habt ihr es gesehen, nice, aber es hat sich überhaupt nicht gelohnt, der hat immer noch viel zu wenig Leben, Leute, wenn wir die jetzt angreifen, oh, das will ein Spieler, Leute, gegen den Spieler könnten wir es probieren, oh, der läuft weg, und Angriff, so, hier haben wir gerade noch einen Spieler geholt, nice, also, gegen die anderen Spieler haben wir schon gute Kanten, glaube ich, da ist gerade ein Pro-Spieler, der auch einen Noob verfolgt, oh, Mann, der Arme, nein, der wurde schon besiegt, aber den holen wir jetzt auch, komm her, wir ziehen ihn ja nichts ab, Leute, habt ihr es gesehen, wir ziehen ihn noch viel zu wenig Leben ab, so, was haben wir hier für Noobs, auch schware Noobs, die können wir auch easy holen, Leute, mit einem Klick, seht ihr das, zack, 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 und wir spawnen richtig viele, hier ist ein richtig guter Spot, hier ist, glaube ich, der allerbeste Spot, den es gibt, ihr seht es nämlich, hier sind sechs nebeneinander, hier haben wir drei, da vorne haben wir drei, ah, Leute, die machen wieder Augen, die Spieler, bitte greifen ihr mich nicht an, bitte, 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 so, hier farbe ich erstmal jetzt richtig viele, seht ihr das, wie heftig ist das denn, so, zack, ich kann hier wirklich die ganze Zeit im Kreis laufen, die ganze Zeit hier die Kills fahren, besser geht es hier echt nicht, so viele haben wir schon mittlerweile, ich schau mal, wir haben schon 67, oh, oh, wie viel brauchen wir als nächstes, bestimmt 100, oder, oder vielleicht 75, lass mal gleich gucken, Leute, ja, wir brauchen wirklich 100 als nächstes, okay, Leute, das werden wir hinkriegen, ich werde mir richtig Mühe geben, außer mich greifen gleich die Spiele an, dann habe ich ein Problem, aber nein, Leute, ich kann hier noch easy fahren, okay, ich bleibe erstmal lieber bei denen, oder warte, ich reibe den Spiele an, das ist meine Farbe, hier weg, hier, mach Platz, meine Farbe, nein, wir haben uns beide gegenseitig besiegt, och man, Leute, jetzt muss ich ja wieder hinlaufen, oh, hier habe ich gerade noch ein Spiele auszusehen besiegt, wo war der Spot, das war richtig heftig, hier vorne ist er direkt, Leute, hier neben den Häusern, falls ihr auch auf dem Server seid, einfach hier rüber laufen, äh, zum Lagerfeuer, hier geht's richtig ab, hier könnt ihr richtig schnell auf, 100 Kills kommen, so, wir haben schon 80, oder 79, jetzt haben wir 80, let's go, Leute, 93, 94, 95, nur noch 5 mal, Leute, das heißt, einmal hier im Kreislauf, nein, da kommt der Spiele, wir müssen aufpassen, manchmal wollen die Beef, manchmal nicht, so, und wir haben jetzt die 100, das heißt, wir haben die nächsten Handschuhe, let's go, Leute, und zack, die rosa Handschuhe, die will ich gar nicht, egal, die sind, glaube ich, viel stärker, deswegen müssen wir die ausrüsten, wir haben keine Wahl, Leute, und zack, jetzt müssen wir es gleich nochmal gegen den normalen, nur probieren, gegen den böse, nicht gegen den schwachen, sondern gegen den stärkeren, warte mal, da vorne war der Metallnoob, da haben wir so oder so noch gar keine Chance, aber, wir können es jetzt mal wieder beim anderen probieren, so, wen haben wir hier, haben wir den bösen Noob, komm her, zack, ich besiege dich, ey, da ist ein Spieler dazwischen gekommen, natürlich habe ich ja keine Chance, Leute, so, haben wir hier einen schwachen Noob, den holen wir wieder ganz schnell, Leute, wieso nicht, die Punkte brauchen wir so oder so, so, wen haben wir hier, den bösen Noob, komm her, jetzt besiege ich dich, zack, zack, ja Leute, wir haben jetzt mal viel mehr Chance, trotzdem habe ich jetzt noch die Hälfte leben, Leute, das ist nicht gut, und jedes Mal, ich kann auch nicht, ja, den habe ich bekommen, nice, zwei böse Noobs haben wir endlich besiegt, Leute, endlich sind wir mal stärker geworden, der hat immer noch rote Handschuhe, Leute, das heißt, wir sollten gleich die Chance haben, komm, ich besiege dich, zack, Angriff, den haben wir bekommen, Leute, nice, und der hat mich nicht getroffen, sehr gut, hier ist noch ein Spieler, den haben wir auch geholt, tut mir leid, und ihr seht es auch oben mittlerweile, weil wir haben schon 400 Stärke, Leute, ist das gut oder schlecht, ich weiß auch nicht, der Spieler mit der meisten Stärke, hat gerade 2500, habe ich gesehen, oh, ich bin wieder besiegt, hoch und brengt, so Spieler, komm her, zack, nicht besiege ich schnell, besiegt, he 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 he, hoha, gegen die Spieler haben wir jetzt mittlerweile, echt voll viele Chancen, Leute, guck mal, mit orange und Handschuhen, und, ich glaube, wir müssen uns nur einmal berühren, und wir werden K.O., aber wir haben ihn trotzdem, nice, so Leute, ich will sagen, wir gehen wieder zu meiner Farbe, oder, es gibt auch bestimmt bessere, guck mal da oben, lassen wir da hochgehen, was geht denn da, aber ich hoffe, das sind alle schwache Noobs, dann können wir hier einfach alle runterschubsen, kommt her, zack, so, die besiegen wir auch noch ganz schnell, hier ist ein echt guter Ort, Leute, sind jetzt alles schwache Noobs, ja, das sind alles schwache Noobs, Leute, wie cool, das heißt, hier könnt ihr auch richtig gut fahren, nein, das ist ein böser Noob, schnell fahren, gegen den lügen wir uns auch nicht an, Leute, für den sind wir noch zu schwach, ein bisschen, so, lassen wir hier irgendwie hochkommen, da geht es weiter, Leute, okay, dann muss ich hier rüber springen, wie geht das, richtig schwer, außer können wir es geschafft, hier ist ein böser Noob, nee, da gehe ich lieber weg, so Leute, ich mache mir das Jump'n'Run, aber wir können Doppelsprünge machen, habe ich vergessen, so, haben wir noch einen bösen Noob, so, einen können wir, glaube ich, eh noch besiegen, Leute, lassen wir mal probieren, zack, den haben wir, oh, zwei Hits, habt ihr es gesehen, Leute, ich muss den nur zweimal treffen, und zack, oh oh, den haben wir noch bekommen, nice, und wer ist hier, Leute, oben, Leute, werden wir da gleich belohnt, werden wir das schaffen, warte mal, kann ich den hier runter, nee, ich glaube, ich kann den nicht runterschubsen, Leute, egal, ich gehe weiter, zack, lass mal, ah nein, ich bin gefailt, ach man, was ist denn da hinten, ich will auf die Wolke drauf, ich glaube nämlich, das spawnt irgendein Boss, Leute, wir müssen unbedingt mal schauen gehen, wer uns da oben erwartet, so, jetzt aber, Leute, lass hoch hier, zack, zack, alle Sprünge, meist an, wie wir, wie ein Profi hier, so, und wir sind gleich hier oben, Leute, was richtig heißt, dass man einen Doppelsprung gemacht hat, wer ist das denn, das ist der Zeus, äh, Leute, lass mal probieren, oder, zack, oha, der kickt uns ja richtig weit weg, Leute, was geht denn hier, wie heftig ist das denn, und ich glaube, es sind hier voll viele Bolten, was hier auf dieser Welt verteilt, oder nicht, oh, da kommt wieder ein Spieler, ach man, wie kann man so schnell werden, Leute, ich weiß es noch nicht, warte mal, da vorne geht es auch, hoch und guck mal, da sind auch wieder andere Noobs, die sind ja viel stärker, das sind keine Noobs mehr, guck mal, die bewegen sich sogar, seht ihr das, was sind das hier für Leute, die haben einfach nur ein Auge, greifen die uns an, Leute, das ist ein Zyklop, lass mal, oha, ich wollte es nur probieren, Leute, das können wir auch noch, überhaupt nicht schaffen, Leute, und was ist hier, heute gibt es ja voll viele Regionen, die wir noch gar nicht gesehen haben, die wir die ganze Zeit nur am Spawn, oh, oh, Leute, ich glaube, wir sind Cowboys oder so, da hat schon einer Leben verloren, und gegen den könnten wir es probieren, Leute, vielleicht, zack, haben wir Bandit, ich mach dich platt, Leute, oha, wie knapp, komm schon, Leute, haben wir ihn besiegt, nein, haben wir ihn nicht, aber es war richtig knapp, warte, Leute, ich laufe da jetzt ganz schnell rüber, Leute, weil er hat ja immer noch rotes Leben, vielleicht kriegt man ja mehr Punkte, wenn man ihn besiegt, dann lohnt es sich ja vielleicht, ach, und Leute, ich konnte die ganze Zeit auch schnell rennen, ich musste einfach nur Steuerung drücken, das wusste ich nicht, egal, zack, komm her, Bandit, Leute, komm schon, zack, 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 und den haben wir auch besiegt, nein, der hat auch, aber die geben eh nicht viel mehr Punkte, schade, ach, ich konnte die ganze Zeit sprinten, Leute, ach, stopp, ich bin so ein Roblox-Nub, schaut euch jetzt an, wie schnell ich jetzt hinkomme, Leute, das sieht viel zu heftig aus, haben wir noch irgendeinem Leben abgezockt, ich glaub nicht mehr, Leute, hier gibt's ja auch noch irgendeinen Chef, Leute, lasst uns einfach hier reingehen, oh, oh, Leute, hier sind noch mehr Banditen, hier ist ein böser Noob, den können wir locker besiegen, komm her, bis ein Noob, zack, den haben wir, so, normale Banditen, Leute, oh, oh, hier gibt's sogar Piraten, halt so, oh, 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 warum gibt's die Piraten, Leute, ach, guck mal, da hinten ist ein Piraten-Schiff, das gehe ich mir immer auch anschauen, Leute, und hier gibt's sogar noch eine Sandburg, wie groß ist die, Leute, die hört ja wirklich nicht auf, so, ist jemand hier bei der Sandburg, da ist jemand, Leute, wie heißt der, das ist das Sand, der Sandmonster, komm her, au, oh, man, ich laufe jetzt zu den Piraten, ähm, Leute, wieso brennt der Baum hier, darf ich den berühren, oder macht er mir Schaden, Leute, lass mal nach oben, ah, der macht Schaden, glaub ich, der ist einfach schnell weg hier, oder warte mal, wer ist hier drin, können wir hier reingehen, Leute, können wir die Tür aufmachen, wer ist da drin, Leute, okay, ich glaub, das sind einfach nur böse Noobs, vielleicht, warte mal, ich kann hier reingehen, das ist ein alter Noob, kriegt den Ding nur sicher, Leute, alles gut, so, let's go, wir sind bei den Piraten, Leute, darf ich ins Wasser springen, ich hoffe schon, Leute, ich probier's einfach nicht, so, oh, der Pirat hat ganz wenig Leben, den haben wir, nice, wir mit Musik haben wir ja, zurecht auch, jetzt muss ich wieder da hinlaufen, doch mal, so, Leute, let's go, wo ist der Piratenkapitän, wir werden den Plan machen, hier sind nur die Piraten, okay, hier müsste noch der Kapitän sein, nee, ich glaub auch nicht, lass mal weiterschauen, Leute, der muss hier irgendwo sein, ja, da haben wir den, den Piratenkapitän, also, auf, Leute, oh, hätten wir eine Chance, gegen den, sollen wir es probieren, Leute, ich will sagen, komm her, Mann, ich mach nicht, ich mach mal, oh, Leute, wir können ganz gut Schaden machen, sehen die da, ist der liegt auf dem Boden, ich glaub, wir haben eine Chance, Leute, der hat schon fast rotes Leben, oh, oh, he, als ob das wieder so richtig weit weggekickt, dann habt ihr es gesehen, Leute, wie machen die das, ich will auch solche Anschuhe wie die, oder haben die vielleicht keine Anschuhe, Leute, keine Ahnung, vielleicht kriegen das Schuhe da auch noch hin, auf jeden Fall richtig nice, aber was ist meine Leute, was war denn, den Namen kenn ich doch, Flatcap Junior, als ob, der ist hier einfach, der kommentiert doch immer bei meinen Videos, Leute, wie nice, Leute, deswegen ein Abo da lassen, immer kommentieren, vielleicht seh ich euch dann auch in Roblox, wie nice, he, he, aber Leute, ich bin ja gerade schön wieder am Fahren, für die nächsten Kills, Leute, wir brauchen 200 für die neuen Handschuhe, Jummi, jetzt locker, und zack, wir haben 200, Leute, let's go, die nächsten Handschuhe können wir uns freischalten, zack, die Orangenen, wie viele Kills brauchen wir für die nächsten 300, ach man, das hat richtig lange gedauert, bis wir die voll kriegen, aber wartet mal, wo ist Flatcap, ich will ihn mal besiegen gehen, weil er hat viel weniger Stärke, seht ihr das, oh, und hier will noch jemand kämpfen, glaube ich, komm her, he, die kann uns sicher entwischen, Leute, wir kriegen die, wir, glaube ich, noch viel weniger Stärke als wir, Leute, und noch die Standardhandschuhe sehe ich gerade, komm schon, stehen bleiben, Angriff, zack, bleibt die besiegen, nice, aber wenn wir Spieler besiegen, kriegen wir Trophäen, was können wir mit Trophäen machen, Leute, ach hier, was bringen denn Siege, mal mit den, ach hier, schaut mal, Leute, hier brauchen wir gleich Siege für diese Handschuhe, für super, so Spinnhandschuhe, okay, wir brauchen 100 der 11, warte mal, wie viele haben wir da vorne, wir haben nur erst 15, Leute, das kann, glaube ich, richtig lange dauern, aber gehen die Handschuhe echt Stärke dazu, Leute, ich weiß es halt echt nicht, ich habe das Gefühl, nur die Stärke da oben, gibt mir wirklich Stärke, oder mehr Damage, deswegen ist es, glaube ich, sogar unnötig, hier die ganze Zeit rumzulaufen, hier haben wir einen Spieler, der auf AK ist, so, den haben wir, wo wartet mal, wo ist Flirt Cap, ich finde dich, oh, ich habe gerade zu wenig Leben, Leute, ich glaube, den Kampf wäre jetzt nicht so schlau, aber hier haben wir einen Loops-Spieler, komm her, hey, da ist sogar noch Loops-Gen, den hatte ich in meinen ersten Roblox-Videos auch noch, das war lustig, da vorne ist Flirt Cap, schaut mal, Leute, was geht's, und gleich greifen wir den an, Leute, nicht, dass er es merkt, zack, wir haben ihn, oh, ich glaube, er will eine Revanche, Leute, lasst noch mal probieren, und, ich werde ihn gleich kriegen, Leute, stehen bleiben, Flirt Cap, mach dich Blatt, Mann, mit meinen Orangen und Handschuhen hier, oh, Leute, jetzt will er auch kämpfen, er hat einmal geklickt, gerade habe ich gesehen, aber kein Problem, oh, wollt er mal kämpfen, hä, haben wir ihn besiegt, ja, wir haben ihn besiegt, er liegt da vorne, Caro, Leute, wie nice, ich glaube, wir sind jetzt richtig stark geworden, aber Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo, damit euch das viel gefallen hat, und dann würde ich sagen, Tschüss.